Zwei von dreieinhalbtausend, Mann. Tut mir echt leid. Nein, ich meine, am 12. September, einen Tag danach. Bei einem Verkehrsunfall. Einmal diesem Wichser bin Laden gegenüberstehen. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rübergehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I fight cause I'm strong. My soul these days never stays. By the top of the sky Where my promises lie To the bottom of the sea Where my soul wants to be What the heck You're gonna die Who'm is now Where my soul will be Is you gonna die How that feels You're gonna die I love you What the hell